Und gleichzeitig habe ich dann eine Serie angefangen, Clubs in Deutschland. War auch so eine Miniserie von vier Folgen, auch für Fernsehen, also es war immer erstes Programm. Und innerhalb von diesen Clubs in Deutschland war ich auch mit einem Team in Wuppertal, im Impuls. So hieß diese Einrichtung. Und das Impuls in Wuppertal war schon damals ein sehr, wie soll man sagen, wichtiger Ort, auch für die ganze Underground-Szene von Köln, Großraum Köln, Düsseldorf und so weiter. Flo de Colonne war dort Stammgast, Xol-Karavan und so weiter. Also diese ganzen politisch-musikalisch-politischen Gruppen, wo dann eben auch dann kurze Zeit später dann Tonstein der Scherben in Berlin angefangen hat. Das war ja 1972. Und Impuls hatte Kontakt mit der holländischen Clubszene. Und da gab es dann ein Papier, ausgearbeitet von Leuten aus Holland und aus Wuppertal im Auftrag der Volkshochschule Wuppertal. Die haben ein Konzept gemacht wie ein Kommunikationszentrum. So haben die das damals schon genannt, wie das aussehen könnte. Und haben das strukturiert. Und es war so acht, neun Seiten groß, dieses Papier. Und ich habe dann am Ende der Folge, es war glaube ich die zweite Folge von der Clubs in Deutschland hieß diese Miniserie. Da habe ich dann am Ende, das war eine halbe Stunde lang, am Ende habe ich für 25 Sekunden die Adresse von Impuls eingeblendet. Mit dem Zusatz, wer Material über das Impuls und auch über dieses Papier und von diesem Papier haben will, der soll dort hinschreiben und dann würden die dann gucken, dass das per Post kommt. Und dann haben die, ich weiß nicht, waren es 1500, waren es 2000, Anfragen bekommen. Aus ganz Deutschland und aus Schweiz, also so die Österreich noch ein bisschen, also da wo man halt ARD empfangen konnte. Und da hat man dann eigentlich, genau an diesem Moment hast du gesehen, was sich in der Zwischenzeit da in Deutschland, in der Bundesrepublik, so hieß es ja damals, Bundesrepublik, was sich da getan hat. Ja, so praktisch überall, ja, hat es rumort. Und das war praktisch dann der Moment, der Start, wo wir dann diese selbstverwalteten Jugendzentren angefangen haben in so, wo, also wir haben im Kreis Weiblingen, hatten wir dann schon einen Kreis, so einen Dachverband, wie man das dann nannte. Und dann hat sich sehr schnell auch ein Dachverband Baden-Württemberg gegründet. Der wurde damals in Sintelfingen, wurde der dann aus der Taufe gehoben. Und ich hatte die Möglichkeit natürlich, dieses immer im Fernsehen zu zeigen. Und dann hat man das in Hamburg gesehen, in Berlin gesehen, im Ruhrgebiet gesehen. Und die haben dann auch angefangen, solche Verbände, so Zusammenschlüsse zu machen. Und so ist diese Jugendzentrumsinitiative praktisch, wie wenn man an kleinen Steinen in den See wirft, hat es immer weitere Wellen und immer weitere Kreise gezogen, immer weitere Kreise und so weiter.